So wie hier wird sich Manja Bayer ab sofort jeden ersten Donnerstag im Monat in das Barleber Rathaus aufmachen. Die junge Frau berät im Auftrag der Betriebskrankenkasse Verkehrsbauunion als Fachberaterin ab sofort einmal im Monat zu allen Fragen rund um die Sozialversicherungen. Das betrifft Rentenversicherung, Kranken- und Pflegeversicherung. Man kann Fragen stellen zu Präventionsangeboten und Zusatzleistungen oder man bekommt Hilfe, um einen geeigneten Arzt zu finden. Wir möchten alle Bürger von Barleben umfangreich beraten zum Thema Sozialversicherung, auch wenn Fragen sind zum Thema Rentenversicherung, Arbeitslosenversicherung. Alles, was da so allgemeinere Fragen sind, die wir beantworten können, sind wir da für jeden offen und möchten jedem gerne diese Beratung anbieten. Ortsbürgermeister Horst Blume besuchte den ersten Beratungstermin und wurde darüber informiert, dass das Beratungsangebot der BKK VBU für alle Barleber, unabhängig davon, bei welcher Krankenkasse sie versichert sind, gilt. 98 Prozent der Leistungen bei den Krankenkassen sind ja identisch. Die sind im Sozialgesetzbuch festgeschrieben. Das heißt, die müssen bei jeder Krankenkasse gleich gehandhabt werden. Wir können zwar nicht in die versicherten Daten der anderen Krankenkassen reinschauen, aber wenn es jetzt um allgemeine Fragen geht, können wir da jeden beraten. Wenn Sie also Fragen haben zum Thema Sozialversicherungen, der nächste Termin ist dann am 7. März. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr beantwortet Manja Bayer dann Ihre Fragen. In der Zeit von 14 bis 17 Uhr beantwortet Manja Bayer dann ihre Fragen.